Mein Name ist Henrike Pionkowski und ich bin SAP Logistikberater bei der Freudenberg IT. Freudenberg IT ist eine Geschäftsgruppe von Freudenberg und ist als IT Full Service Provider im Bereich SAP Beratung tätig. Als SAP Berater ist man beim Kunden dafür zuständig, das SAP System zu implementieren. Davor sind natürlich wichtige Schritte wie Prozessanalyse, gegebenenfalls Prozessoptimierung, Prozessdokumentation. Ein Bewerber sollte zum einen natürlich fachliche Anforderungen mitbringen. Hilfreich ist immer, wenn man SAP-Kenntnisse hat im Voraus. Wenn nicht, lassen sich diese erlernen. Betriebswirtschaftliche, speziell logistische Kenntnisse sind von Vorteil. Dann sollte ein Bewerber sehr kommunikationsfreudig sein, weil er eben zu fast 100 Prozent Kundenkontakt hat. Er muss präsentationsfreudig sein, er muss also dem Kunden gegenüber natürlich das Produkt erklären können. Die SAP Beratung ist eben ein Beratungsgeschäft. Wir sind viel unterwegs, flexibel was die Sprachen angeht. Deutsch, Englisch sollten Grundkenntnisse sein. Weitere Sprachen schaden nie und eben viel Reisebereitschaft mitbringen. Ich habe mich für die Freudenberg IT entschieden, weil die Freudenberg IT sehr individuell auf ihre Mitarbeiter eingeht. Es gibt sehr individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten. Zusätzlich ist der Berater bei der Freudenberg IT sehr breit aufgestellt. Man hat als Berater nicht nur ein Modul, das man berät, sondern man hat die Möglichkeit, sich sehr breit über Module gefächert in die Teams einzuarbeiten, in die Projekte einzuarbeiten. Für diese Verbre την Folge ist nicht contrôle iba dadurch An 만만ocalypse zu werden, Was hat usted in der Ein Turn-Projekt – alles ans вопрос, was hat manВО Kn chase. Das ist erwe sankraktiv frei und es geht zu werden. Das ist eineilibe.